Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute gibt es für euch die Thundercong oder Whistling Thundercong. Vier Stück sind in einer Packung. Ich habe erstmal schön die Packung hier gerade zerrissen an der Seite, aber ist jetzt nicht so schlimm. Auf der anderen Seite habe ich es jetzt richtig aufbekommen. Ja, es sind Bombenohre. Die sind ein bisschen größer als die Flashbang, glaube ich. Die sind ungefähr so auf der gleichen Größe wie die Double Flash. Genau hier. Whistling Thundercong. Die haben auch leider keinen Doppelschlag, weil sie einfachen sind. Ich weiß auch nicht, ob die bunt sind. Ich tippe mal nicht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Thundercong. Whistling Thundercong. Jetzt weiß ich, warum die so heißen. beliefs. Begrüßig. Begrüßig. Vorsicht. Zurück. w Untertitelung des ZDF, 2020